8.45 Uhr. Schauen Sie bitte an, wie es in Wien ausschaut, also in diesem Moment. Schau her! Finsternis. Einfach Finsternis. Und das sollte es normal sein. Da rechts auch, rechts ist der Kalembert. Schauen wir mal, was da oben kommt jetzt ab. Es wurde Warnung ausgegeben, natürlich, ja. Also Sie haben es gewusst, aber das was ich zeigen will, Sekunde, 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 Sekunde. Das was ich zeigen will, ist die Seite. Schauen Sie. Komplette Finsternis. Schauen Sie. Komplette Finsternis. Und da zum Beispiel, das ist normal um diese Zeit, ja. Und die Seite schauen Sie. Komplette Finsternis. Komplette Finsternis, bitte. Komplette Finsternis. Komplette Finsternis. Die Kamera von dem Handy kann ich nicht so auffassen, aber es ist komplett schwarz. Wie in Horror. Wie in Horror. Wie in Horror. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017